Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar fahren wir heute wieder aufs Turnier nach Bräuberg und ich reite Dressur. Ich reite Dressur und eigentlich habe ich zwei Dressuren gemeldet, aber ich reite nur eine, weil es so warm ist und da muss er ja nicht ewig auf dem Hänger stehen. Ja, deshalb reite ich nur eine Art Dressur und mal gucken, wie der Esel sich heute so benimmt und ich bin dabei mit der Kamera. Ja, und die Lara fährt auch mit und macht Fotos, die kommt gleich und ja, wir nehmen euch jetzt wieder die ganze Zeit mit. Viel Spaß. Bis dann. So mein Schatz, dann fangen wir jetzt mal an. Oh, guck mal wie böse sie dich am Halfter festhält. Gestern hat er sich dreimal losgebunden, als er die Strecke aufgemacht hat und ist zu seiner Tonne gelaufen. Das macht er nicht. Das macht er nicht, das hat er gemacht. Das Bresse ist jetzt schon eingeflachten. Da sind die Züpfchen. Aber dreckig ist er noch. Schaut, da ist ein Kackfleck. Was hast du zu sagen? Ne, dreckige Hände. Ich freue mich auf deine Dressur, Isa. Ich habe echt Bock drauf. Aber irgendwie ist sie ein bisschen verknotet. Jetzt mache ich schon die Kopfnummer dran. Hier sind meine Stiefel. Einer mit Fett und einer ohne Fett. Ja, man sieht den Unterschied, ne? Hör auf. Was benutzt du da so für Bösten? Geht die weg? Na, wie geht's? Na, wie geht's? Ich bin dabei. Schön. Mama, es ist jetzt genau vor der Stange, oder? Ja. Achso, ich bin mit drauf. Ist doch gut. Komm. Doch, jetzt wirst du es. So, jetzt sind wir angekommen in Bräuböck. Wir sind super drauf. Gell? Wunderbar. Gut, das wird gleich was. Okay, meine Kommentare erst mal vom Abweichplatz, ja? Also erst mal, mich nicht richtig verlassen, wenn ich da mit reinbebe. Und so, kleiner Schnoppelkopf, zwar mit 8 Jahren, für eine bessere genoten Fingerpflicht, da bin ich schon mal ausgedritten. Wollen wir heute mehr Videos mit danach? Es ist immer wieder schön auf Abweichungsplatz. Aber Sonnenstuhl ist auch immer gut, da fällt es nicht so auf. Und wenn man so macht, sonst können gefährdet werden. Die besten Tee-Tees, die es gibt, die chillen erst mal. Mit ein bisschen Eis und ohne Eis. Ein Pferd isst. Lecker, lecker essen, gell, Espresso? Ja. Und sind sie auch noch wählerisch hier. Es ist warm hier in Bräuböck, Leute. Wundet das? Und der Espresso bevorzugt die Sonne. Warum auch immer. Und ich den Schatten. Ja. Wir entspannen hier noch mal grad eine Runde, wenn es ernst wird. Weil dann geht der Puls wieder nach oben. Deswegen müssen wir uns noch mal kurz ausruhen. Besonders die Isa hat grad einen ganz entspannten Job. So ein bisschen entertainen. Mhm, genau. Für den Dickholzer. Hallo Isa. Für den Fall, dass man dehydriert, immer dabei ist. Ne. Ich habe immer so geile Wörter drauf. Rosa versucht sich zu befreien. Ja, aber nicht über den Platz hier galoppieren. Ich habe immer so geile. Musik H conclusion Ja. Jörg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na, Espresso? Hast du geduscht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017